Herzlich willkommen hier zum zweiten Teil. Im ersten Teil haben wir uns angeschaut, wie funktionieren diese neuen Gentle Monkeys Nass-Tücher. Und schaut euch gerne nochmal das Video an, verlinke ich euch hier an der Oberseite, kommt jetzt hier oben ins Bild. Und während des Drehs ist mir so eine Sache aufgefallen, die ich einfach nochmal mit euch gemeinsam ein bisschen durchleuchten wollte. Und zwar hat mir dieses gedrängte Tuch mein Wachs auf meinem Autodach komplett entfernt. Und darum schauen wir uns jetzt nochmal das Sicherheitsdatenblatt an. Viel Spaß! Und wenn wir jetzt mal ins Sicherheitsdatenblatt reinschauen, finden wir ein paar interessante Sachen. Generell erstmal mögliche Gefahren. Die ganzen H-Nummern erspare ich euch jetzt aber generell. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Und ich habe es ja auch schon im ersten Teil gesagt, ich habe die Vermutung, dass da irgendwelche Lösungsmittel drin sind. Weil es wurde ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass das auch entzündbar sein kann, dass sozusagen die Umgebungsluft sich mit so einem zündfähigen Misch anreichern kann. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist ein bisschen heikel, wenn ich sowas lese. Erstens mal Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Geht für mich immer so Richtung Lösemittel. Irgendwas Brennbares. Schwere Augenreizung. Ist ganz ungünstig. Vor allen Dingen, wenn man es innerhalb des Fahrzeuges nutzt. Und das macht man ja auch. Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen oder verursachen. Da frage ich mich, warum wurde das im Fernsehen vor einem Millionen Publikum ohne Schutzhandschuhe vorgeführt. Sehr, sehr merkwürdig. Ansonsten wird auch empfohlen, Schutzhandschuhe tragen, Augenschutz tragen und an einem belüfteten Ort aufbewahren, kühl halten. Das heißt, ihr könnt das nicht im Auto lagern im Sommer bei 35 Grad. Im Auto sind da locker 60, 70 Grad und noch mehr. Also das könnt ihr nicht machen. Wird aber nicht irgendwie groß darauf hingewiesen. Und ich glaube, die wenigsten, die das gekauft haben, die werden sich das Sicherheitsdatenblatt durchlesen. Auch generell an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Im Auto. Im Auto ist niemals ein gut durchlüfteter Raum. Das ist fast abgeschlossen. Da drin ist eine übelste Wärme und ihr habt noch diese Atmosphäre, die sich bilden kann, wenn ihr den Deckel nicht 100% geschlossen habt. Also sehr, sehr schwierig, muss ich ganz klar sagen. So, jetzt kommen wir zu den Inhaltsstoffen. Abschnitt 3. Zusammensetzung. Angaben zu Bestandteilen. Gefährliche Inhaltsstoffe. Aceton. Aceton. Auf Lack. Aceton auf Kunststoff. Wo kann man es noch einsetzen? Glas, okay. Vielleicht nicht so schlimm. Aceton auf Leder. Auf Kunstleder. Und hier ist auf jeden Fall mindestens ein Anteil drin zwischen 10 und 25%. Das heißt, minimal sind schon mal 10% drin. Es wurde komplett ohne Handschuh gezeigt. Ich habe auch ohne Handschuh das mal eingesetzt. Ich habe danach sofort die Hände gewaschen. Also Aceton ist drin. Dann haben wir zum Beispiel auch Propan-2-Ol mit drin. Auch 2,5% Anteil. Wir haben noch verschiedenste Propanol-Verbindungen. Und des Weiteren nochmal hier 2-Butox-Ethanol auch nochmal mit drin. Also da müsst ihr echt ein bisschen schauen, was ihr euch hier in den Innenraum des Autos tragt. Und jetzt ist auch plausibel, warum mir das das Wachs vom Auto gerissen hat. Na logisch. Weil da Lösemittel drin sind, die alles andere als auf den Lack gehören. Also mit Aceton will ich eigentlich ungern mein Auto waschen oder mein Auto pflegen. Das macht man normalerweise nicht. Dann Abschnitt 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen. Nach einatmen, Frischluftzufuhr. Das heißt, wenn ihr das im Auto nutzt oder egal wer das nutzt, ihr müsst alle Türen öffnen. Ihr könnt es nicht im Auto, wenn es mal ein bisschen regnet, setzt euch ins Auto und sagt, Ah, es regnet heute, ich werde mal mein Auto in ein bisschen reinigen. Alle Türen zu, schön das Tuch rausholen, dann sitzt ihr in einer Acetonwolke. Also sehr, sehr seltsam das ganze Thema. Wenn ihr mit den Tüchern in Kontakt gekommen seid, was ohne Handschuhe immer der Fall ist, sollt ihr nach Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife die Stelle abwaschen und nachspülen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Ja, das haben wir ja gesehen, wie das vermieden wurde, dass es mit Haut in Kontakt kam. Für ausreichende Lüftung sorgen, Zündquellen fernhalten. Warum? Klar, bei den Stoffen, die drin sind, sollte man das auf jeden Fall beachten. Handhabung und Lagerung. Auch hier nochmal, Aerosolbildung vermeiden. Das heißt, die Packung darf nicht irgendwie offen im Auto stehen bleiben. Das muss sofort raus aus dem Auto. Oder generell, ihr müsst immer dafür sorgen, dass das wirklich dicht verschlossen ist. Sonst steigt ihr ins Auto ein und sitzt in einer Wolke, die ihr nicht möchtet. Also, nee. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Maßnahmen gegen elektrostatische Auflagen treffen. Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Ich lasse das einfach mal so umkommentiert. An einem kühlen Ort lagern. Das heißt, im Sommer nicht im Auto. Und vor allen Dingen, es werden viele Leute im Auto lagern. Weil sie nämlich genau im Sommer, wenn sie mal kurz am Wochenende in den Urlaub fahren, das vielleicht mitnehmen, als Schnellreiniger. Und da sich denken, wenn die Killies mal im Innenraum irgendwas verschmiert haben, nehme ich das als Reiniger. Also bleibt die Dose die ganze Zeit im Auto liegen. Das sind nur so die Gedankengänge, die mir so durch den Kopf gehen. Wir haben auch nochmal die verschiedenen Bestandteile mit drin. Schaut euch das gerne mal an. Also, ich finde das echt seltsam. Bedenklich. Und darum sollte man echt darauf aufmerksam machen. Also schaut euch gerne mal das Sicherheitsdatenblatt an. Ich verlinke es euch unten hier unter dem Video. Und ansonsten teilt das Video. Teilt auch das erste Video. Das ist ganz wichtig. Und vielen Dank für euren Support. Haut auf jeden Fall hier auf beide Videos einen Daumen nach oben raus. Teilt das. Zeigt das euren Freunden, Verwandten, allen möglichen, die ihr kennt. Postet das auf Facebook, was auch immer. Euer Sebastian von Xan of Air. Passt auf euch auf. Haut rein. Ciao.